Mit diesen Auftritten hat Kamala Harris ihren politischen Aufstieg begründet. Allerdings da ist genau die Falle, in die Kamala Harris immer wieder reintappt. Und gleich vorweg, wenn sie das weiterhin an unpassender Stelle macht, wird ihr das die Wahl kosten. Die CIA-Chefin, ein oberster Richter, ja sogar der Bundesjustizminister der Vereinigten Staaten, alle hat sie mit ihrer Nachdrücklichkeit in die Enge getrieben. Kamala Harris macht hier alles richtig, denn Nachdrücklichkeit erzeugt man immer in drei Schritten. Nummer eins, nenn eine präzise Aufforderung. Nummer zwei, fixier dein Gegenüber mit den Blicken und lass es nicht mehr aus. Und Nummer drei, danach ist Ruhe. Das heißt, keine Worte nachschicken und auch körpersprachlich keinerlei Regung mehr zeigen. Das zeugt so viel Nachdrücklichkeit, dass das Gegenüber verspürt, ich komme hier nicht mehr aus. Ich muss der Aufforderung entsprechen. Das hat ihr natürlich viel Zustimmung gebracht, aus einem einfachen Grund. Sie zeigt sich hier als Advocatus Populi, als der Anwalt der Bevölkerung. Nicht mal von den mächtigsten Männern und Frauen des Landes lasse ich mich einschüchtern. Im Gegenteil, ich bringe sie zum Stottern. Nachdrücklichkeit erzeugt sie noch mit einer zweiten körpersprachlichen Eigenschaften, und zwar sie nickt recht häufig. 210,000 dead people in our country in just the last several months. Over 7 million people who have contracted this disease. Frontline workers who have been treated like sacrificial workers. We are looking at over 30 million people. Relates to the issue of transparency and the relationship of trust, informing the user about what you know. Sie macht das rhythmisch zu ihren Aussagen und damit nickt sie ihre Aussagen für uns ab. Und wir nehmen diese Aussagen eher als Faktum wahr. Und sie schafft es mit ihrer Mimik, ihren Worten, Bedeutsamkeit, eine gewisse Schwere zu verleihen. Wie macht sie das? Mit der Sorgenfalte über den Augen. Sie zieht die Stirnfalten zusammen und zeigt uns damit, Leute, es tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich ernst zu nehmen. Somit nehmen wir auch unangenehme Themen eher an, weil wir uns denken, naja, es ist unangenehm, aber offensichtlich gibt es keine andere Möglichkeit. Übrigens haben wir vor kurzem auch einen jungen Politiker gehabt, der uns mit diesen Sorgenfalten so manche unangenehme Dinge als Notwendigkeit verkauft hat. So professionell Kamala Harris mit ihrer nachdrücklichen Körpersprache umgeht, Sympathien bringt ihr das keine. Die bekommt sie über ihre Mimik. Sie lächelt nämlich nicht nur häufig, sondern auch sehr deutlich. Zum einen also braucht sie relativ wenig Anlass, um schon ein sehr offenes Lächeln zu zeigen. Zum anderen aktiviert sie diese Muskeln, den Zygomaticus Major, großer Gesichtsmuskel, so deutlich, dass der Mund sehr offen wirkt. Durch dieses Aktivieren wird auch der Augenringmuskel, Orbicularis Oculi, aktiviert. Damit entstehen hier Fältchen. Im Ergebnis nehmen wir dieses Lächeln als ehrlich und echt wahr. Das bringt Sympathien. Das zeigt auch eine gewisse Souveränität. Allerdings da ist genau die Falle, in die Kamala Harris immer wieder reintappt. Und gleich vorweg, wenn sie das weiterhin an unpassender Stelle macht, wird ihr das die Wahl kosten. Und zwar der Weg vom Lächeln zum Lachen ist bei Kamala Harris ein sehr kurzer. Sie verfällt sehr schnell in dieses tatsächliche Lachen und kriegt sich auch manchmal nicht mehr richtig ein. Das ist in manchen Situationen durchaus herzlich, durchaus volksnah. Sie macht es aber allerdings auch an unpassender Stelle. Wie zum Beispiel hier bei einer Pressekonferenz. Es geht um den Ukraine-Krieg. Sie erzählt eine launige Bemerkung und kriegt sich aber vor Lachen nicht mehr ein. Oder hier erzählt sie einen Witz über die Republikaner, also ihre politischen Gegner und lacht nicht nur herzhaft, man könnte es auch als verächtlich einordnen. Und genau das ist das Thema. Jene Menschen nämlich, die sich bedroht fühlen, die Existenzängste haben, die sich vielleicht auch von anderen Staaten bedroht fühlen, die wollen einen Politiker, der ihnen signalisiert, ich nehme eure Sorgen ernst. Deswegen muss dieser Politiker eine ernste Körpersprache zeigen. Wer aber richtig gehend lacht, der signalisiert eher, deine Sorgen nehme ich nicht ernst. Es kann schon fast verhöhnend wirken. Wir haben das übrigens in Deutschland vor kurzem erlebt. Auch da hat ein Lachen an unpassender Stelle wahrscheinlich wohl die Waage gekostet. Zusammenfassend also muss man sagen, Kamala Harris kann mit ihrer Körpersprache sehr gut Nachdruck verleihen. Sie schafft es, Bedeutsamkeit in ihre Worte zu legen und sie schafft es, mit ihrer Mimik viel Offenheit und Zugänglichkeit zu zeigen. Allerdings muss sie aufpassen, dass ihr dieses herzhafte Lachen nicht die Wahl kostet. Was meinst du zu Kamala Harris? Ist sie die Kandidatin, die Donald Trump Paroli bieten kann oder haben sich die Demokraten in ihr getäuscht?